Strait, 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 Strait. Verschiedene Fälle, oder? Ja. Jetzt hier ist das Hingerst. Das ist der Schluss. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Heute sind wir bei DigiSigi. Das ist in Münzigen bei Bern und das ist seit 40 Jahren mit Stamm kommen. Also seit 20 Jahren ganz sicher. Nein, nein, ist es 40. Ja, das ist etwa 3. Ja, und ich habe ja auch meine allererste Digitalkamera vor der Flitterwoche bei DigiSigi gepostet. Das weiss ich nicht. Ja, ja. TV Korman, oder? Was muss man regelmässig machen? Nachher für alle Visum von allen Ländern mit Spezialwünsche und so. Da hat man den ganzen Katalog mit Vorgaben. Und nachher Autoausweis ist das gekommen, kommt regelmässig. Und das, was das meiste ist, ist natürlich einfach ein Porträtfotos für Bewerbung geschrieben. Da habe ich viele junge Leute, die zu mir kommen. Das ist gut, wenn man so eine Aufgabe hat und so interessante Geschichten jeden Tag. Und die Leute kommen in diesem Alter und die Frau hat pro Tag noch drei Minuten Ruhe vom Alter. Und dann hat man hier den Motor aufgezogen. Der Motor ist vielleicht drei Minuten gegangen. Dann musste man den Kieler sagen, stopp, stopp. Und dann hätte man weiterfahren können. Und nach dreieinhalb, vier Minuten ist der Film. Das ist ein normaler acht Film. Der hat sieben Meter, siebeneinhalb Meter Länge ist der. Und dann hat man dann Kodak halbiert und angehängt. Der hat 15 Meter gegeben vier Minuten. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein Lebenslexikon. Also Filmgeschichte. Film- und Fotogeschichte. Ja, ja. Und dann hat man einen Ton geschnitten. Dann hat man eine halbe Stunde Film gehabt. Dann hat man einen Ton. Dann ist das Spulen-Tonbandgerät. Das ist dann durch die Projekte gelaufen. Dann hat man am Abend mit Mikrofon und Plattenspieler und so das Zeug zusammengestellt. Und dann, als es keine Filmspulen hatte, habe ich den Ton alle zusammen gesichert auf Kassetten. Und jetzt, von letztem habe ich den Film der Kassette, dass es dann stimmt. Dann habe ich ihn dann verdammt. Und das wäre jetzt so. Ein Diascan. Wo man dann so 12 Dias rein kann. Und dann ist das ein Fotoscan, wo man so 30, 40 Fotos reinbringt. Hier ist ein Poster. Breite 60 cm. 30 Meter lang. Wenn man will. Das Räumchen, habt ihr gesehen. Da darf man schnell rundherum schauen. Der Herr ist jetzt gerade am Fotos ausgesucht. Und das Maschinen liefern. Das war es auch schon. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe noch. Von meiner Seite. Vielen Dank. Dass du zuverkauf bist. Ja. Es ist einfach toll, wenn man zu alten Kunden machen will. Also ganz toll. Du bist nur da. Du bist Besond. Du bist Besond. Du bist musst. Du bistotros wieder mit dem públic. Du bist aus diesem Zeitpunkt nicht bezieht. Du bist Leah live damitibaal diusp vessant. Du bist ein halteres bräilbes nimmt.